da sind wir auch wieder ist ja auch egal so, wir machen gleich instant weiter mit Map 4, also Level 4 also deine Oma hoch 4 ähm genau, Map 4, ja so, dann wollen wir mal gucken, was geht denn hier ab ich werde natürlich wieder gleich instant beschossen man hat ja nichts besseres zu tun, komm her komm her, komm her ja, ja, ich glaube, ich werde hier gerade ein bisschen attackiert seit ich hier nicht habe meine Malmung verloren ich mache jetzt mal wieder direkte Konstruktion Konstruktion ist immer noch das Beste oh mein Gott ja, komm 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 egal, jetzt mache ich alles oder nichts oder nichts oder alles komm jetzt jetzt muss ich ja was Krieg geben uh die ich im Moment einfach unbeziehbar fühle und die machen sich wieder gegenseitig fertig oh, der hat meine Rüstung verloren okay, nach dem Kampf allerdings würde ich nicht wirklich weiter im Sonder so, okay ich mache jetzt erstmal als aller erstes mal gucken, wann man ein bisschen nach Waffen hat also die Pistole hätte ich doch gerne komplett abgegradet und dann dürften wir danach auch schon fast keine Punkte mehr haben Shotgun, Dribble Boss naja, doch geht eigentlich noch also der Pistole we müssen auch noch mal ein bisschen hier nehmen wir», ich muss auch mal hier drauf weg natürlich dass ich auch mal auf die Hat er Pizza bestellt? Oh. Oh! Ja, doch, die hat schon ein bisschen Power. Zwei Schüsse und so eine Spinne ist weg. Ich speichere aber ganz kurz. Es ist mal streng genommen kein Self-Room, aber ich glaub mal, hier draußen auch alles Open-World. Von daher... Ähm... Du kommst das Allerherse weg. Komm, 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 komm. Achso, dann machst du wieder auch Duellen auf diesen Kacko-Deemens. Genau, ich hab mich da gefressen mit Haut und Haaren. Und Besen und... Kärschhaufel. Woh! Nein! Na, warum häng ich überall selbst? Guck mal... Ey, ich mach immer so eine gute Luft, dann häng ich einfach überall fest. Äh, ich hab dort nicht so was von... Hm... Okay. Okay. Achso. Look on... Look on... Look off. Hab ich noch gar nicht. Aber... Ich hab das hier. Und... Ich kann übrigens alle meine Waffen mal ausrüsten. Ähm... Also, das heißt... Uah! Das ist die meiste... Äh... Äh... Das da. Huh! Okay, dann... Kommt hier... Achso. Hab ich ja gerade schon? Ah, danke. Aha. Ja? Das sieht gut aus. Kommt her, kommt her, kommt alle her, kommt alle her. Ich werd nicht alle... ... essayer... Alles dazu geben. Ne, ne... Wie ich euch fertig habe- De, de, de... Och... Aaaaaah... So, als Erl ertest ist es die weg. Verbesser das ist jetzt dieser Quatschung wieder zufrieden machen... Na komm... So... Oh, ist das auch noch Aktivität? Das verzeichnet mein Aktivitätenradar 5000. Was ist denn hier los? Ach, das ist ja noch einer. Oh, komm. Gibt es euch jetzt mittlerweile ein 5er-Pack? Für 3,95 bei Aldi oder was? Komm, 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 komm. Ha. Die kommen ja öfters als im Hentai. Du, 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 du. Wer den wird noch nicht verstanden hat, ist noch nicht alt. Na, komm, 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 komm. Warum denkst du wieder? Ich hab die Spinne trüft mich nicht. Trüft sie auch nicht. Ich hab eine perfekte, das will ich noch mal. Von mir kann ich nicht weg. Ja, der schießt in die Wand. Ja, der schießt. Der Auto-Aim? Ja, er muss das Auto-Aim. Aber ich treff die Wand und die Spinne gleichzeitig. Das macht irgendwie so überhaupt keinen Sinn. Nehmt die Spinne überhaupt Schaden? Oder verschwinde ich jetzt gerade nur Munition? Ah, doch, ich höff die Spinne. Nice. Aber jetzt ist meine Munition auch, meine Munition auch fast weg. Also für ein paar Schritte reicht's noch, okay. Sie ist weg. Und meine Munition ist leider auch weg. Hä? Die Rollkneiden kommen ja, kommen da monst du durch. Ich dachte, der Suche ist geschlossen. Das ist auch. Oh ja. Wer weiß doch schon. Äh, Munition, Munition, Munition. Hier eher weniger. Achso, hier gibt es wieder diverse Raketen. Dann sollte ich auch mal meine Raketen in der Fabriera versuchen zu benutzen. Hier geht's nicht rein, das ist wahrscheinlich das hier. Achso. Brauche ich den Red Key. Okay. Guck, der war reich in der Munition. So, am Ding. Was weiß ich denn noch erstmal? Perfekt. Ich höre hier die Werbe. Basti, wo, Basti, wo. Obstboot. Na, 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 na. So hätte ich früher gerne noch Obstboot gemacht. Einfach immer wieder hoch springen und jedes Mal erstmal ein Mädchen umbringen. Das bringt bestimmt Weltfrieden. Oh, du meinst wieder. Kann es sein, dass diese Welt reinzuschädigt, World of Revenant heißt. Ja, Alter, ich bleibe hier komplett hängen. Ich habe hier komplett keine Sinusfreiung. Jetzt, wieso? Okay, okay, ganz leilisch. Kommt, ihr, ihr kriegt ihr, kriegt ihr das, was ihr braucht, das, was ihr wollt. Das, was euer Herz begehrt, ihr Bitches. Ich glaube, es sind alle weg. Oh, wieder eine Karte. Aber, ich muss immer daran denken, dass man in dieser Welt ja nicht springen kann normalerweise. Das heißt, also, ich sollte das Ding da auch noch nicht nehmen. Sonst habe ich wieder verlorenes Potenzial in dieser Map. So, wo gehen wir weiter? Erstmal eine Waffe mit Schiffemunition, also die schon mal nicht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein und schalten. Das scheint wohl der sicherste Ort in dieser Map zu sein. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Okay. 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 Hallo. 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 Ich finde es mal scheiße, wenn wir die Dinger gleich sterben. Ich will die, ich will die doch noch ordentlichsgemäß abschlachten. Hier höre ich auch schon wieder irgendwelche Laute, die nicht zur normalen Paarung von Tieren gehören. Komm her, komm her. Ich mach dich, die nach der Lacht. Was? Was? Okay. Ich höre ich doch. Geräusche. Ach ja, stimmt. Hier war noch der eine rum. Woha. Woha. Du kleine Mütze bin, oder? Irgendwann geht's hoch. Darf man die überhaupt schon hoch? Äh, ja. Man darf nur hoch. Ist ja schön. Eine rote Karte. Ich würde lachen, wenn ich jetzt hereingehe und direkt ohne mich herum, am besten hier vorne, gleich mal zwei von diesen roten, ähm, Hell Knights irgendwie auftauchen. Deswegen fällt ihr dann mal der Speicher, wie sie in der Pussy. Und zwar, kommt noch mehr Rakete da raus? Oder auch nicht. Ach, von da hinten kommt welche. Oh, nix. Hilfe, Hilfe. Och, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Scheiße, was drauf ist. Weapons, Rocket Launcher, Lock-On, Lock-On, Lock-Lock. Äh, waaah! Mein Lock-On war noch nicht mal abbezahlt. Ich hatte noch drei offene Raten. Okay, gut. Also, mit den beiden Hell Knights hat es sich erledigt. Dafür hat sich die Map einfach mal gesagt, fuck off. Und fuck off. Okay, okay, ich brauche jetzt mal einen Schleichweg. Also, hier kann ich hoch und dann... Dann muss ich schnell reagieren. Allerdings, das war ja immer gleich dieses... Gut, okay, okay, wir machen es anders. Ich koche mir erst das Ding. Ja, genau. Und renne mit gespanntem Hebel. Achso, einfach aktivieren. Und dann heißt das Zerstören. Wie Rammstein. Äh, die kommen jetzt, die kommen sofort. Die kommen instant einfach. Die kommen einfach... Achtung! Da war ja noch ein Fuß. Hä? Geht doch gar keiner. Ach! Dankeschön! Und... Ach du Scheiße! Na komm komm komm! Na dann! Komm her! Wo ist er denn? Alter! Was zur Hölle geht hier ab? Alter! Das ist doch nicht mein Ernst! Ist nicht mein Ernst! Ist nicht mein Ernst! Oh, da ist noch einer! Hä? Oh, da ist noch einer! Danke schön! Ja, komm her! Ja! 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 Und dann! Ich will! Okay! Okay! Och! Schöke! Jetzt gibt's... Komm ja, komm mal, ja, komm mal, ja! Gibt's hier keinen Boost? kein litro das ist das was das ist ein auto ein spiel hallo hier sieht es auch ruhig aus und dafür starte dass er 5.000 muss das wort der rumpel komplett leer na gut das gleiche von verlieren immer mal hier ein bisschen Schööön. Schön, schön, schön. Ja, einmal zum Beispiel bitte. Okay, kommt kein Viech mehr. Oh, Ende der Bett. Schöner Mond eigentlich. Man sieht ihn so immer kaum. Man sollte mehr so eine Aufsichtsplattform haben, damit man auch nur die Welt betrachten kann. Also hier ist der große Wagen. Hier ist die große Finze. Und das hier ist mein Gehirn. Einfach gar nichts. Absolute Leere. So finster als das schwarze Loch. Haben wir eigentlich ein schwarzes Loch implementiert? Ich würde mal ganz kurz gucken. Riecht euch nicht auf. Ne, eine Nachahmung von einem schwarzen Loch kann ich erstmal nicht erkennen. Schade eigentlich. Sowas passt eigentlich zu so einer Dichterungssache. Vor allem, wir sollen ja eigentlich auf dem Mars sein, ne? Aber irgendwie finden wir unsere Planeten. Ich meine, selbst wenn das hier die Saturn oder die Venus, dann sind wir natürlich mit dem, ähm, äh, der Planet mit diesen riesen Ringen. Dann ist aber auch die Frage, wo die Sonne ist. Oder sind wir hier in einer komplett anderen Galaxie? Dann werden wir jetzt was haben zu wissen. Oh! Oh. Okay. Kann man die andere da auch öffnen? Nein. Nein. Ich schau eigentlich. Nein. Das Ding ist offen. Ist ja nice. Ist doch... Hä? Oh, Leute, mich. Oh! Oh! Ach, so kommt man hier... Ah, okay. Ah, okay. Nicey-dicey. Nicey-dicey. Jetzt bin ich komplett... Hier, die wollte ich eigentlich haben. Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. Wobei ich ja sowieso sterbe und sowieso alles, was ich noch eingesammelt habe. Wahrscheinlich. So. Ich muss ja noch erstmal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Okay, ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir speichern mal hier bei diesem Podest, bei dem königlichen Thron. Bei der Betrachtung... Das ist hier... Das ist mir ein bisschen traurig, ja. So eine schöne Umgebung, aber wenn man mal eine freie Fläche hat, sieht man nur mein Gehirn. Ja? Man kann mich quasi bei meinen Denkprozessen beobachten. Sieht ihr diese Aktivität in dieser Region? Das ist einfach nichts. Okay, wir nehmen mal die hier und speichern mal ganz kurz. Und gucken wir dann, wir haben die rote Karte bekommen. Hier ist was rotes. Äh, da kann ich nicht hin. Warum? Achso, klar, stimmt ja. Hier war ja was. Bäh. Man hat extra eine Fläche, um den Schalter vor Schmutz zu bewahren. Oder hat sich jetzt schon was anderes geöffnet? Hä? 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 Na egal, ich drück den Schalter mal. Oder auch nicht. Oder auch doch. Hä? Das ist der Magik-Key. Was, 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 was? Nein, alle weg! Komm her! So, jetzt sind wir hier im Hals der Revenant. Und hier gibt's kein Secret. Hier gibt's auch 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 keine Secret, Sisse. Was ist die Meta von Secrets? Ah, ich weiß. Victoria Secret. Ah, okay. Okay. Ich denk mal, das ist so gewollt, dass man hier runter springen kann und dabei die neue Karte mit aufnimmt. Äh, dann wollen wir mal genau das tun. Und uns verkehrt abschießen lassen. Aber es kommt keiner. Hab ich dich glatt übersehen? Es tut mir so leid. Oh Gott. Du warst einfach so klein. Zu mir bitte. Dankeschön. Yeah. 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 Endlich darf ich in dieser Welt rum springen, wie ich möchte, weil ich schon alles erkundet habe. Hm. Ich fühle mich wie ein Affe, der gerade geboren wurde. Ich fühle mich wie ein Affe, der nicht springen kann. Danke. Danke. Was bist du eigentlich? Hm. Äh. Irgendwann fühlt sich so ähnlich aus. Ist das die hier? Ist das... Nein? Ach, die hier ist es. Mit dem Rohlin und dem Dingster. Okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hab mit diesen ganzen Plasma-Waffen, also die hier und die hier und... Äh, 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 die hier. Hat's nicht, hat's für mich noch eine? Ach ja, genau. Mit der hier... Mit den hab ich echt kaum Erfahrung. Ich meine, mit der hab ich jetzt so bei Extermination Day ein bisschen krumm gefolgt. Genau so wie mit der hier. Aber vor Extermination Day hab ich mit Plasma eigentlich noch nie was irgendwie am Hut gehabt. Ich meine, die gute Sitzigkeit bei der hier ist, man kann... Hä? Seht ihr, in meiner Waffe jetzt leuchtet da sowas. Und jetzt ist es aus. Heißt also, solange wie das die Dinger nicht leuchtet, kann ich... Doch, kann ich. Ah, genau. Heißt also, egal wie viele Balken ich habe, wenn ich jetzt nur eins oder zwei habe, dann kann ich die noch nicht einsetzen. Ich muss also mindestens 3,5 kleine Strichen haben, bis dieser Punkt leuchtet und dann kann ich auch mal abfeuern. Das geht eigentlich. Ja, das Problem ist halt, man muss immer in Bewegung bleiben. Ah, wenn ich renne, kann ich auch hoch auf der Park feiern. That makes sense. Gut. Egal, egal, egal. Komm jetzt. Mach eine... Ich schwafel schon wieder zu viel. Ich nehm mich noch mit. So, dann wollen wir mal. Ich hab aber schon gespeichert, von daher... What the fuck. What the fuck. Danke schön. hoff. Mama. Mann, Alter, wieso gibt's hier keine Sequits? Ah gut. Äh, äh... Es gibt Sequits, nur keine, die mir gefallen. Hallo? Wow, von dann wo? Jetzt auch mal alle Zeit und hier. Hallo. Hallo? Hallo? Äh, ich hab gerade meine gesamte Rüstung verloren? Ich hab meine gesamte Rüstung verloren, Digga. Was zur Hölle? Ich hab meine gesamte Rüstung verloren, Digger! Der fiegt doch aus dem Fahrstuhl. Äh, das ist doch ein Wackel. Kettenweger, 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 äh, 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 komm, 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 bitte. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ich würde mal sagen, ich bin am Arsch. Haha. So viel dazu, du Kleiner. Du Störten. Okay, okay. Also, sobald ich den Schalter drücke, kommen die Viecher. Ach, und das Foto kommt noch einer. What? Huh. Ah, viel, gut. Oh Gott. Wie ich euch alle zerfickt habe. So, wie ich euch alle zerfickt habe. So, Ammonation. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen was von der Waffe. Ich habe übrigens noch keine Minigun. Das ist schade, weil gerade da unten könnte ich jetzt einen Minigun gebrauchen. Also, wir speichern mal ganz kurz. Ist ja hier in gewisser Weise ein Safe-Room, auch wenn es hier direkt ins Verderben geht. Quasi einen Schritt bei Seite. Oder auch nicht. Hä? Ja. Ah. Ich... Oh, jetzt habe ich mich. Ich habe mich, ich habe dich. Oh, komm, 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 komm. Hier ist das Spinner. Ah, hier ist das Spinner. Hier sind Leute. Hier sind alle Leute. Wo soll man denn nach dem Himmel trennen? Harko. Äh, schießen bitte, Wiesel, 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 Wiesel. das ist das problem mit dem raketenwerfer ok ich mache jetzt mal eine pussy stride strategie und zwar gehe ich so nah ran perfekt zurück ja da wird sich hier mal in die lüge behalten Ah, nein, 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 hier ist er raus. Okay, gut. Hier ist schön, das war's, wenn wir feiern, die nicht so. Wow. Das liegt doch gar nicht, ich weiß, dass er nicht so unterweckt, eigentlich. Ah, okay, also da hinten waren viele Treppen, der fiecht natürlich nichts mehr. Da hinten waren viele Treppen, ich muss also so schnell wie möglich da hin. Ja, schieben wir den Weg frei nach da. Ja, perfekt, genau das. Äh, nein, 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 nein. Ach, da, bam, okay, okay, ja, das macht. Ich brauch' ne neue Waffe, die, die hat ja bei Extermination D, eine Axt. Ja, komm, 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 komm. Jawohl, ja, 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 komm. Genau so. Achja, da fällt mir ein, ich hab auch noch... Das gefällt mir! Das muss ich nur noch... ...das Ding hier aufsammeln, hier war nämlich eins... Ach so, das war jetzt haltig begrenzt... ...der war jetzt haltig begrenzt. Hier ist blau, jawoll! Und so ein bisschen, na du, komm, 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 komm! Alter, wo rennst du eigentlich lang? Ist natürlich nicht gut. Das ist gut. So, das ist Exit. Danke. Ich hab's ganz viel Glück, finde ich auch schon noch zum... ...grüne Ladung für mein... ...Lader. Dankeschön! Ah, okay, ich sag mal noch mal ein bisschen Emination... ...kann nicht schaden. Hier ist nichts hier, was ich brauche. Ich beende schon wieder mit absolut schlechten... ...Gesundheitswerten... ...das Level. Normale Leute... ...äh, lele... ...normale Leute würden jetzt erst mal zum Arzt gehen. Dankeschön, Dankeschön... ...dankeschön, Dankeschön... ...dankeschön... ...und da ist es ein Arzt, komm... ...ä, komm runter. So... ...hier hast du noch ein bisschen zu... ...man sieht einfach fast gar nichts. Okay, da bin ich voll. Gut, wir haben eins von zwei Sequents. ...das ganze Blick finde ich noch ein Secret. Ich weiß noch nicht, wo ich es suchen soll. Hm... Ach, kommt Spaß drauf. Ich glaube, wir haben... ...muss ich jetzt überhaupt nicht hin? Achso... ...ähm... ...ähm... ...hier... ...und dann... ...nein... ...da... ...hier passt. So... ...dann würde ich mal sorgen... ...war es das? Hä? ...Wir hätten wir jetzt den Schalter drückt... ...geöffnet die Zahnewand... ...or auch nicht. ...ein Schalter, um einen Schalter zu öffnen... ...that make sense. Na gut... ...was? ...hab ich nicht gerade... Achso, ja... ...eben... ...die Abfrage, ob ich wirklich verlassen möchte. Ich hoffe, ich habe auch gespeichert... ...ja, habe ich... ...guuuut... ...dann würde ich mal sagen... ...Avididaci... ...Avididaci... ...ähm... ...ja... ...dann... 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 ...dann...